Du willst dein Schicksal selber in die Hand nehmen und so eine verrostete Wagenheberaufnahme an deinem Oldtimer selber schweißen. Das ist wirklich ganz einfach. Wir gucken uns zuallererst mal an, wie weit der Rost schon fortgeschritten ist. Das alles, was schwarz ist, muss weg. Das heißt, wir müssen das Ganze hier rausflexen. Hier könnten wir auch schräg ansetzen. Jetzt nehmt ihr wieder eure Flex, diesmal mit einer Trennscheibe und schneidet das Blech wie eingezeichnet raus. Und by the way, für uns ist der Winkelschleife eine Flex, unabhängig davon, dass diese Winkelschleife von Flex ist. Also ist das quasi eine Flex-Flex, aber für uns ist einfach Flex gleich Winkelschleife, unabhängig davon, ob es Flex ist oder eine Winkelschleife von einer anderen Marke. Jetzt ist das Blech hier schon mehr oder minder lose, aber wir sehen auch, dass hier eine Schweißnaht sich befindet. Die schleifen wir jetzt einfach frei. Dazu nehmen wir eine kleine Schrubbscheibe. Der können wir das hier perfekt wegschleifen. Das macht ihr so lange, bis ihr die ganze Schweißnaht weggeschliffen habt. Dann sieht man hier nämlich den Übergang von dem Rohr zum Blech und dann könnt ihr das Ganze einfach easy, pin easy raushebeln. Warte mal, das ist noch hier gepunktet. Die Schweißpunkte sieht man eigentlich hier ganz deutlich. Sobald es aber verrostet ist, wird es ein bisschen schwierig und dann braucht man ein geschultes Auge. Ich sehe jetzt hier einen Schweißpunkt und hier. Dazu gibt es auch so spezielle Schweißpunktbohrer. Und hier ist noch der zweite. Und jetzt müsst ihr das Ganze eigentlich locker flockig raushauen. Heiliges Blechle. Hier sehen wir nochmal die Schweißpunkte, die wir tatsächlich auch exakt getroffen haben. Nachdem wir das verrostete Blech hier schön rausgenommen haben, geht es jetzt weiter. Das Ganze kann man natürlich beliebig erweitern und auch komplexere Stücke rausschneiden, wie zum Beispiel hier. Das ist auch noch nicht zu 100% perfekt. Wir müssen gucken, dass überall ungefähr ein Millimeter Luft zum Schweißen ist. Das heißt, hier müssen wir zum Beispiel noch ein bisschen abschleifen. Aber vom Grundprinzip passt es schon mal sehr gut. Das Fahraturblech in dem Fall ist es vom Cabrio und das Ganze 2 mm dick. Deswegen lässt sich das Ganze nicht so leicht draufhauen. Wir werden das Plätzen jetzt hier mal versuchen, so ein bisschen draufzuklopfen, was natürlich gar nicht geht. Deswegen zeichnen wir es jetzt einfach mal grob ab. Und flexen das Ganze jetzt lieber ein bisschen größer aus. Zu viel ist besser als zu wenig. Jetzt können wir anfangen, es hier einmal richtig zu positionieren und zu gucken, wo wir überall etwas abtragen können. Nicht wundern, hier sieht es jetzt aus, wie wenn eine Riesenlücke da ist, aber es sitzt ja noch nicht mal richtig. Das heißt, wir fangen jetzt mal an, die linke Flanke hier ein bisschen abzutragen. Über die Arbeitsweise hier kann man sich natürlich streiten. Das war heiß. Ich würde es auch nicht empfehlen, so zu machen. Wir machen es aber jetzt gerade so. Ich ziehe dann hier immer ganz gerne den Rand nochmal mit einem schwarzen Stift nach, um zu sehen, wie viel ich hier abtrage. Die Schweißpunkte hier habe ich weggemacht und das Ganze ein bisschen rübergeklopft, weil durch das Abziehen des alten Blechs haben wir es so ein bisschen verschoben. Etliche Anproben später sieht das Ganze dann so aus. Wir sind nahezu perfekt. Wir sollten jedoch überall so einen Spalt von 1 mm zum Schweißen haben. Und überall, wo jetzt noch ein bisschen zu wenig Spalt ist, mache ich jetzt nochmal eine Linie. Zum Beispiel hier. Und das Schwarze trage ich jetzt noch ab. Genauso hier oben. Hier die Ecke ein bisschen. Wie wir sehen, haben wir jetzt hier überall ungefähr einen Millimeter Spalt zum Schweißen. Bevor es jetzt ans Schweißen geht, müssen wir hier noch ein paar Sachen beachten. Einerseits brauchen wir hier eine komplett blanke Fläche. Darüber hinaus hatten wir hier noch zwei Schweißpunkte. Das bedeutet jetzt, wir müssen hier zwei Löcher machen, entsprechend diesen Stellen, die wir danach mit Fülldraht wieder auffüllen. Und damit das Ganze uns nicht gleich wieder wegkommt, müssen wir natürlich gucken, dass alles innen versiegelt ist. Das bedeutet, das Blech hier kommt jetzt erstmal die Löcher und dann einen Schweißprimer. Um zu wissen, wo wir die Löcher bohren müssen, haben wir jetzt hier zwei Punkte Farbe drauf gemacht, heben das Blech natürlich an eine entsprechende Stelle ran. Und sehen dann hier zwei Punkte und bohren jetzt hier jeweils so ein 8er Loch ungefähr. Bevor es jetzt hier weitergeht, entgraden wir jetzt einmal aber alle Kanten hier. Wir nehmen die Außen, dann ein bisschen Puster und dann noch ein Schicht. Dann wieder Puster und bei allen guten Linien dreißen wir gleich noch eine Schicht. Aber auch Schweißwurz ziehen wir sie natürlich gleich wieder ab. Solange das jetzt hier schön austrocknet, kümmern wir uns hier einerseits darum, das alles blank zu machen und auch hier mit der Schweißpunkt auch hier dann hält. Dann gibt es hier noch eine bitumenähnliche schweißbare Grundierung, die genau hier aufgetragen wird aus blankem Blech. Nachdem die Rostschutzgrundierung hier jetzt ausgetrocknet ist, haben wir hier auch nochmal etwas aufgetragen. Das Blech wird jetzt hier einmal fest gepunktet und dann einfach durchgeschweißt. Aua! Ich hasse Schweißen so sehr. Auf die richtige Schutzkleide und natürlich darauf achten, sonst kriegt ihr so Verbrennungen. Ihr nehmt euch die Zeit, das richtig zu positionieren. Und sobald ihr das Ganze angepunktet habt, könnt ihr das Ganze durchschweißen. Davor legen wir aber noch den richtigen Arbeitsschutz an. Einmal eine Schweißmaske, eine Schweißjacke und natürlich Schweißhandschuhe. Let's go! Ich habe komplett vergessen, passt beim Schweißen immer darauf auf, dass ihr Druckluft da habt. Wenn ihr mal irgendwas von der Hohlraumversiegelung entzündet oder so und natürlich ein Feuerlöscher. Sollten die Schweißnähte nicht perfekt werden, scheiß doch nicht ins Hemd. Ich bin auch kein gelernter Karosseriebauer oder Schweißer. Ich bin eigentlich top zufrieden. Wenn wir das Ganze verschleifen, wird das echt perfekt aussehen. Nachdem wir das Blech jetzt hier eingeschweißt haben, wollen wir uns die Mühe machen und einmal hier reingucken. Denn wir haben hier ja einen Schweißprimer aufgetragen. Der würde jetzt natürlich hier einen gewissen Abbrand haben, aber im Großen und Ganzen das Blech von innen noch versiegeln. Wir sehen, haben wir jetzt hier eine Nusko-Kamera. Ich würde mal sagen, es ist nicht die Beste, aber vermutlich kann man was sehen. Hier sehen wir jetzt das Rote, das ist der Schweißprimer. Und überall, wo wir geschweißt haben, nämlich genau hier, das müsste jetzt die obere Schweißnähte sein, sehen wir natürlich, ist die Grundierung etwas abgebrannt. Aber es hält sich in Grenzen und da sorgen wir dann natürlich mit einer entsprechenden Hohlraumversiegelung für den ausreichenden Schutz. Jetzt gucken wir mal hier links rein. Da haben wir nämlich diesen dunklen Schweißprimer aufgetragen und sehen bei der Überlappung dann auch die zwei Schweißpunkte. Einmal der und einmal der. Und sehen dann auch, dass dieser dunkle Schweißprimer hier überall schön verteilt ist. Das ist also schon mal gut. Jetzt verschleifen wir erstmal die ganze Schweißnähte. Seid euch nicht zu streng, wenn es keine perfekten Kanten gibt. Wie wir sehen, hier haben wir eine kleine Wulst. Ist aber auch egal, da das wirklich im nicht sichtbaren Bereich ist. Das Ganze bekommt jetzt hier noch eine Rostschutzgrundierung, besser gesagt eine Epoxidgrundierung und von drinnen eine Hohlraumversiegelung. Man könnte das auch noch beilackieren mit dem ganzen Schweller oder nur partiell. Und auch noch einen Unterbodenschutzauftrag. Wir tragen jetzt hier mit einem Pinsel ganz banal Epoxidgrundierung auf. Seid euch überlassen, wir haben eigentlich so ganz gute Erfahrungen bisher gemacht. Wie gesagt, hier ist es auch nicht perfekt. Man sieht jetzt hier noch eine leichte Kante und hier. Jetzt fehlt nur noch der Hohlraumschutz. Dazu könnt ihr dann mit so einer Hohlraumsende hier die Hohlraumkonservierung einarbeiten. Das machen wir jetzt noch nicht, weil wir noch hier vorne schweißen müssen. Am besten ist eigentlich den ganzen Schweller zu fluten. Und dann bleibt mir nur zu sagen 100 Jahre Garantie.